brauchst du dies haus wenn das auch hier ist dann oder wo ist das neue grad ochsenfurt also ja ochsenfurt im dings im buch ist es nur wieder deswegen musste ich jetzt gerade mal überlegen wie sich dieses haus denn irgendwo hinkriegen ist dass das bau so die auktionshaus scheint so ihr freiter klein du bist im dienst schon vergessen mit zivilisten wird nicht geplaudert zweck des besuchs aus neugier redanische berufssoldaten stimmts hauptgefreiter wenzel zur stelle und der depp hier ist mein untergebener gefreiter klein nun bist ich mal nicht ein vor aufregung hast du was gesagt soldat nein nichts müsstet ihr nicht irgendwo anders sein es herrscht krieg wisst ihr wir wurden alle hierher verlegt befehl 76 cw x in schriftform mission bewachung des auktions hauses priorität hoch die höchste sogar der bau so die kennt sich aus mit den hohen tieren hilft ihnen die kriegsbeute zu verkaufen kriegt schutz dafür der freitag klein das sind geheime militär informationen sind die eigner da du meinst wohl den alleinigen eigner den geschätzten horst borch so die ja ist er ich muss mit ihm reden befehl 76 cw x ist eindeutig nur geladene dürfen zur auktion mit den schriftlichen namen ganz einfach und das soll euch hindern also bitte ich fürchte du hast pech befehl 76 cw x besagte ferner hauptgefreiter wenzel möge sich einen besen in den arsch stecken klein weißt du eigentlich nicht was auf vorgesetzten beleidigungen steht wen haben wir denn da gerald der hexer aus riva wenn mir wie weil die der bankier aus woher kommst du eigentlich den kümmertes kollege geld kennt keine grenzen was geht hier vor hauptgefreiter wenzel du zangst dich mit meinem kumpel gerald meister wie weil die herr dein geschätzter sozius hat keine einladung zur auktion und ich aber ich habe eine einladung verdammt noch eins und er kommt mit mir rein mit dir gerald aber meine befehle ach drauf geschissen muss ich es zum feldwebel gehen hoffentlich nicht jetzt stramm gestanden und mund gehalten die jungs in der kaserne werden sich am boden wälzen ruhe vorwärts marsch rundherum eins zwei eins zwei hier haben wir einen vorgesetzte ärgern immer super dank dir für die hilfe schon gut ich kümmere mich gerne um alte freunde und kunden welch freude mit ihr geschäfte zu machen bin das hat meine liebe verblichene auch immer gesagt aha die leute kommen zusammen die auktion fängt gleich an lasst uns rauf gehen worauf wollen die leute denn bieten weißt du das auf alle möglichen wertsachen seltene waffen exotika ich selbst habe freilich ein auge auf bestimmte werke von porträtmeistern der maribor schule geworfen von der knob longendike sieh an ich hätte nicht gedacht dass du ein kunstkenner bist bin ich auch nicht mir ist das alles nur geschmiert ich will sie ja auch nur einwickeln und wegschließen was wozu denn wieso wozu gerald ich muss doch mein investitionsportfolio diversifizieren in 100 jahren ist es noch mal viel mehr wert hätte schwören können das auktionshaus der boss so dies wäre nur wie gerade das war es sie sind umgezogen gerade wird hat horst einen vorteilhaften steuersatz angeboten weißt du null prozent schwer zu unterbieten nicht wahr das ist der inbegriff staatlichen wohlwollens eigentlich will ich hier nur horst boss so die sprechen das könnte schwieriger sein als du denkst warum der reinste einsiedler ist der mann gar nicht wie sein vater meditele hab ihn selig aber bei der auktion taucht er vermutlich auf dann stelle ich euch vor ich stehe in deiner schuld ach und ich mache nur in krediten und eigenwechseln also rauf mit uns wie viel kneter habe ich eigentlich kreis gold und vermut mit entharsien aus topaz kleid aus haki seide mit amethyst perlen eröffnungspreis 2000 kronen nerv mich nicht ach ich kann jetzt nicht ins inventar wollt ihr mich eigentlich verarschen wie viel geld habe ich 244 das ist ja nicht so die menge hat geld ein geruch es dauert wohl noch bis sie anfangen wenn dies ist ein bankett ja und ich hasse bankette deppendialoge winzige portionen getränke die nach pisse schmecken ach so schlimm wird es schon nicht lass mich dir meine interessantesten partner vorstellen die alte glücke dort ist gräfin mignole mit der hattest du bestimmt viel zu reden der scheiße in der ecke heißt hilbert neureich hat mit gewinnt ein vermögen gemacht und der da ist kunsthändler jarumier ein arrogantes arschloch aber mit gemälden kennt er sich am besten aus nach sollen wir mit jemandem reden es ist unpassend hier zu stehen wie die ölgötzen dem typ der gewinnt spielt ach gerald riech mal hier riecht es nach geld wo war denn der typ die olle und gegenüber hinter den ladies der typ der nach gewinnt spielt was führt dich her das ist jahre es ist jahre darf ich vorstellen gerald von riech sehr freut ganz meinerseits wie steht das auge auf glitzer kram geworfen eigentlich nicht ich kaufe was mir gefällt etwas prächtiges für die wände könnte ich gebrauchen nilfgaard stimmt's wie bitte dein gewinnt kartensatz nilfgaard nicht wahr gib schon zu der normalerweise monster nein nur mit nördlich kein übler satz nilfgaard aber ich zieh trotzdem die nördlichen königreiche vor ah verstehe ein patriot du musst wissen gerald hier ist ein spitzenspieler spitze es dauert noch bis die auktion beginnt knuff knuff zwinker zwinker wie wärs mit einem ründchen auf jeden fast so viel wobei wenn ich gewinne ich habe 250 kann ich ja mal hier komm es geht wohl nicht um sieg oder niederlage gut ich bin dabei herrlich ich lege meine karten aus ich bitte natürlich gerald kommst du mal auf ein wort was denn also kumpel ich habe euch doch verkuppelt da finde ich mir steht ein teil des gewinns zu wenn du einen machst zehn prozent finderlohn quasi jetzt ist mir klarer warum du uns vorgestellt hast zu meinen professionellen erkenntnissen gehört das geld nicht stinkt also was sagst du ja komm kriegste nichts da na schön naja du hast mir auch bei den wachen geholfen gut zehn prozent meines gewinns sind dein wie wärs mit 15 übertreibst nicht wenn na gut abgemacht ich hätte alles setzen sollen oder gar nichts je nachdem ob ich jetzt übelst auf fresse kriege oder das voll durchziehe ich hoffe das passt so wie viel habe ich das 3 3 1 1 1 1 das muss jetzt so gehen ich hoffe das passt oh was hat der was kann der denn ich glaube von dem zeug brauche ich nur einen und ich glaube fernkampf 2 ich glaube die schicke ich mal in die versenkung ja dafür jennifer gekriegt loch häuft was kann der einer ins schlachtfeld fähigkeiten die einen hätten auf dem schlachtfeld wieder herstellen stellen zufällig ausgeliebte eine wieder her wirken auf beide spieler hm erstmal will ich paar karten ziehen ziri und katapult geil ja dann das und darf auch wieder was ziehen er spielt nilfgaard dann so ein puppelkram ähm den auf die hand schmeiß den mir hin ich nehme ihn hatte ich nicht eine puppe ach so ne ich kann ihn töten und in der nächsten runde mit jennifer wiederholen das war's wenn er jetzt schon passt ok jetzt hat er noch zwölf und ich acht das ist natürlich nicht so geil dafür habe ich jetzt belagerungstechnisch richtig gut was aber dafür bringt mir rittersporn nichts in belagerungstechniken wobei bringt sein typ mit fähigkeiten die irgendwen wieder herstellen bringen für beide was bei jennifer weil sie ja eine spezialkarte ist oh fick dich das werden wir jetzt sehen kriegt er auch was wieder nur ich habe was gekriegt das gut ja toll dafür kriegst du jetzt einfach mal nix ja toll dafür kriegst du jetzt einfach mal nix diese runde diese runde jetzt hat er noch sieben und ich auch jetzt könnte ich natürlich darauf setzen dass er irgendwas spielt was sich verdoppelt oder ich könnte passen und dann in nächste runde ja ich glaube ich passe und mache in der nächsten runde weiter ob das jetzt eine gute idee war weiß man natürlich nicht na ok er spielt gira dann spiele ich mal ziri die kann dann auch punkte machen ein bogenschutz der was wieder blieb jetzt müsste ich das doch auch kriegen oder ach nee er muss die scheiß fähigkeit aktivieren ja komm hier mache ich auch ich habe zwar niemanden denen das was bringt in meinem ganzen set hier noch ok die habe ich ja mittlerweile schon rausgeschmissen 10er 10er ist natürlich heft heftsch heftsch er spielt gutes wetter ich spiele das ich hoffe er hat jetzt nicht wieder was ich zerstöre alle möglichen sachen ne noch ein 10er spiel das komm jetzt spiel schlecht wetter einfach so nochmal 10 alter wobei 6 12 18 krieg ich 18 dazu dann dürfte das gehen haha komm gib mir gerald gerald oder den fetten typen da unglaublich das kann nicht sein du hast mich irgendwie betuppt mich verhext oder so hoppla pass auf was du sagst hilbert sonst fällt es gerald noch ein genugtuung zu verlangen soll er sie von dir verlangen verdammter zwerg bärtiger Geizkragen. Holla, dem Knaben setze ich beim nächsten Kredit aber die Zinsen rauf. Jetzt muss ich noch mit der Eulen reden. Grüßt sei die ehrenwerte Gräfin. Madame, darf ich vorstellen? Mein lieber Freund, Gerald von Riva. Hexer der Wolfsschule. Verzeihung, hatten wir das Vergnügen schon? Nein, aber deine Gilde ist unverkennbar. Das Medaillon. Jawohl, Gerald. Gräfin Megnole ist eifrige Sammlerin von Veduminalien. Vedumi, was? Alle Arten von Gegenständen, die mit Hexern in Zusammenhang stehen. Schwerter, Ausrüstungsteile, Medaillons. Woher? Darf ich fragen, wie wir Monster schlechter zu der Ehre deines Interesses gekommen sind? Ich habe einige angenehme Assoziationen. Aus meiner osofernen Jugend. Ah. Sag sowas nicht, Gräfin. Du siehst einfach umwerfend aus. Sehr freundlich, Meister Vivaldi. Aber zu Hause habe ich nicht nur Veduminalien, sondern auch noch ein paar Spiegel. Was ist denn dein wertvollstes Objekt? Ein antikes Rüstungsstück. Wolfsschule 1234. Ein Klassiker. Wird es versteigert? Leider nicht. Es ist ein Andenken von großem persönlichem Wert. Aber vielleicht hat die Gräfin noch andere Hexer-Devotionalien, von denen sie sich trennen würde. Ich würde bescheidene fünf Prozent Transaktionsgebühr berechnen. Wie Vivaldi? Ui. Hä? Rüste? Was ist denn das? Hose. Vipa. Hose. Fünsiebzig. Eigentlich bräuchte ich dieses Schema ja schon, ne? Überlegene Schnü... Überlegene Katze. Ne, ich brauch verbesserte erstmal. Aber die hier brauch ich. Glaub ich. Ähm... Hm. 235 Vipa. Ich habe... Greifen. Wolf. Bären. Greifen. Ach, das ist die Schule. Für 77. Ich habe, glaube ich, Greifen, Wolf, Bären und Schlangen. Dann habe ich die Vipan noch nicht. Ist gekauft. Aber was haben wir hier denn noch so? Ach, hier noch ein bisschen was. Chance auf Blutung. Zeichnen sind einfrieren. 2% Angriff. Sehr hartes Angriffszeug benutze ich sowieso nie. Vergiften. Kleine Rüstungsdurchbohrung. Kleine Rüstungsdurchbohrung. Brauch sowieso ich nicht. Taumeln. Wie viel? Was ist das denn? 5 und das hier sind? 3. Weg. Zeichen. Zeichen. Weg. Adrenalin. Betäubung. Vergiften. Adrenalin. Adrenalin. Schnell sortieren einmal, bitte. Verbrennen. Bluten. Vergiften. Zeichen. Bluten. Hatten wir Bluten nicht eben schon? 3 auf Bluten. Hier, nimm hin. Oh, der Händler hat kein Gold mehr. Rüstungsdurchbohrung. 30, 20. So. Hat die Gräfin heute etwas Bestimmtes ins Auge gefasst? Nein, aber laut Horst Borsudi kommt etwas unter den Hammer, was mich interessiert. Er hat wohl nicht gesagt, was es ist? Nein. Du kennst ihn doch. Ein wandelndes Rätsel. Übrigens. Meister Geralt, würdest du wohl einer Dame in Not helfen? Kommt auf die Art der Not an. Oh, es ist nur eine Kleinigkeit. Ich habe gerade einen Ohrring auf dem Balkon verloren. Ich kann ihn nicht finden. Vielleicht ist er durch die Dielen gerutscht. Ja, wir sind mal nett zu allen Leuten. Ich bin dir sehr dankbar. Bis gleich, dein Ding. Verschütteter Wein. Sonst nichts. Hier gibt's gar keinen O-Ring, oder? Nein. Vielleicht möchte die Gräfin erläutern, was das soll, ohne zu scherzen. Vergib mir, ich... Götter, ist das peinlich. Kennst du... Kennst du Wesemir? Ein bisschen kleiner als du, mit Schnurrbart. Kennen? Der hat mir alles beigebracht, was ich weiß. Was? Wie geht es ihm, wenn ich fragen darf? Oh, stimmt, der ist ja gestorben. Der ist ja schon tot. Natürlich darfst du. Doch bevor ich antworte, wüsste ich gern, wie gut ihr euch kanntet. Oh, das habe ich nie jemandem gesagt. Niemals. Aber dir schulde ich wohl eine Erklärung. Es war im Winter 1234. In Ochsenfurt trieb eine Bestie ihr Unwesen. Ein Flatterer, glaube ich. Es wurde ein Auftrag ausgeschrieben und ein Hexer erschien. Wesemir von der Wolfsschule. Auf der Spur des Monsters kam er bei uns vorbei. Wir sahen uns an, ein Funke sprang über. Ich schrieb ihm eine Nachricht. Meine Zofe brachte sie ihm. Im Schutze der Dunkelheit besuchte er mich. Nacht um Nacht. Bis mein Vater irgendwann etwas hörte. Wesemir musste so schnell fliehen, dass er seinen Gambeson zurückließ. Ah, das erste Stück der Sammlung also. Ja, aber auch das Ende unserer Liebe. Vater ließ einen Haftbefehl ausstellen und verheiratete mich sofort. Ich hatte Glück. Mein Mann starb jung und hinterließ mir ein Vermögen. Und so lebe ich von Erinnerungen. Ich habe schlechte Nachrichten. Oh. Bitte sag mir, starb er wenigstens wie ein Hexer? Ja. Nein, er starb wie ein Held. Das war's also. Ich danke dir für die galante Toleranz gegenüber einer alten Irre. Sag sowas nicht. Ich bin alt und reich. Ich darf sagen, was ich will. Und nun, sei so gut und überlass mich meinen Gedanken. Ich werde wieder hineingehen. Stimmt, das Spiel ist ja... Das hier spielt ja immer nach den Geschehnissen vom eigentlichen Spiel. Auch wenn man nur Hearts of Stone so startet. Wobei könnte man auch übelst sich hochleveln. Und dann... Und dann... Und dann dieser Ring. Scheiße, ist der fett. Deine Quali nutzt? Ich kenne dich nicht. Wünsche ich auch nicht. Was führt dich her? Habe ich jetzt... Oh, ich habe einen von den Freunden übergangen. Ups. Das wollte ich gar nicht. Ey. Scheißdreck. Hör mal. Ich habe vergessen, dich zu fragen, wie die Auktion abläuft. Sie bringen drei Objekte raus. Wenn die verkauft oder nicht verkauft sind, gibt es eine Pause. Dann taucht Borsodi hoffentlich auf. Und ich stelle euch vor. Ich verlasse mich drauf. Und bis dahin? Hast du ein Budget? Willst du mitbieten? Natürlich. Jetzt habe ich mich schon hier reingeplagt. Da werde ich es doch mal ausprobieren. Ha! Ich wusste, der Funke springt über. Mal gucken, ob es irgendwas Tolles gibt. Geschätztes Publikum, willkommen zurück. Hiermit erkläre ich die Auktion für eröffnet. Meine Damen und Herren, Objekt Nummer eins ist eine Messingfigur aus der Sammlung des berüchtigten Grafen Romeli. Angeblich soll im Inneren der Figur ein Schatz verborgen sein. Ein Gerücht, das sich nur durch das Zerstören des wunderbaren Kunstwerks überprüfen lässt. Eröffnungspreis 50 Kronen. Ein echtes Schnäppchen. Wer bietet zuerst? Meister Hilbert bietet 100. Gräfin Mignole bietet 150. Höre ich 200? Wer möchte bieten? Ne, ich möchte nicht bieten hierbei. Zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Der Ehrenwerte Jaromir bietet 300. Hören wir mehr. 300 zum ersten. Die Gräfin bietet 350 zum ersten, zum zweiten. Objekt Nummer eins, die geheimnisvolle Messingfigur geht an Gräfin Mignole. Nun kommen wir zu Objekt Nummer zwei. Ein Gemälde des jungen Novigrader Künstlers Van Roch. Sterne Nacht über dem Ponta. Ein charmantes Werk. Eröffnungspreis 20 Kronen. 20 Kronen wertes Publikum, das ist praktisch geschenkt. Ja, der Herr mit den Katzenaugen bietet 20. Höre ich 30? 20 zum ersten, zum zweiten, zum dritten. Verkauft! Sterne Nacht über dem Ponta von Van Roch geht an den Herrn mit den Katzenaugen. Toll, jetzt habe ich 20. Objekt Nummer drei, Damen und Herren, eine Rarität. Selten wie ein Hühnerzahn. Eine Brille. Mit Goldrahmen und Bergkristallinsen, gefertigt von den kundigen Fingern der Gnomenmeister. Einst Eigentum des berüchtigten Auftragsmörders, der als der Professor bekannt wurde. Den habe ich abgemurkst. Eröffnungspreis 200 Kronen. Wer bietet mehr? Gewindmeister Hilbert bietet 250. Höre ich drei? Ja, so soll es sein. 300 von Jaromir Ivanovic Seizeff. Zum ersten, zum zweiten. Ja, 350. Unglaublich! Mit dem weißhaarigen Herrn sind wir jetzt bei 350 Kronen. Großzügiges Angebot, wirklich. Gibt es noch Gebote? 350 zum ersten, zum zweiten. Verkauft! Die unschätzbare Brille geht an den weißhaarigen Herrn. Ich freue mich, dass sie so nützlich ist. Welch eine Aufregung! Nach den drei Objekten ist es Zeit für eine Pause. Es gibt Erfrischungen. Bitte zugreifen. Bald geht es weiter. Ach so, einfach einen Apfel irgendwo in den Raum schmeißen. Grüß dich, Horst. Gestatte mir dir einen lieben Freund und Partner vorzustellen. Gerald von Riva, der nicht eingeladen ist. Wo sind meine Manieren? Genau, welchen Filter ich mag. Das mag sein, aber du hast an mir verdient. Aber du hast an meiner Anwesenheit verdient. Ich habe ein gutes Sümmchen hier gelassen. Ich bin nicht Vivaldi. Profit allein reicht mir nicht. Ich will mehr. Das Auktionshaus ist vor allem ein Treffpunkt für die lokale Elite. Offenkundig passt ein Wandermutant hier nicht rein. Ich habe das nagende Gefühl, dass ihr zwei einen schlechten Start hattet. Vielleicht sollten wir trinken auf... Was will deinesgleichen von mir? Schön, sparen wir uns die Floskeln. Maximilian Borsodys Haus. Ich muss es finden, was immer es... Was? Wie hast du davon erfahren? Meine Herren, kein Grund, die Kontenanz zu verlieren. Bitte, beruhigen Sie sich. Ich fragte, wie hast du davon erfahren? Boah, ganz ruhig. Wo? Spielt keine Rolle. Sagst du mir, was es ist oder nicht? Wache, bring den Hex heraus und lass sie nicht mehr rein. Auch nicht mit Hierarch Hemmelfahrt persönlich. Wirklich? Er hat doch nur eine schlichte Frage gestellt. Noch ein Wort. Und ich verlege meine Konten zur Konkurrenz. Tut mir leid, Kumpel. Du musst die Wache nicht bemühen, Horst. Ich gehe freiwillig. Ich entsinne mich nicht, dir die Wahl gegeben zu haben. Befördert seinen mutierten Arsch raus. Darf mich wehren? Deine Schwerter, Meister. Wir müssen sie zurückgeben, sagt das Gesetz. Das Gesetz sagt aber nicht, wann. Tun wir es, wenn wir aus dem werten Herrn die Scheiße rausgeprügelt haben. Treffpunkt für die Elite. Wie wahr. Kommt, Jungs. Lockern wir die Muskeln. Schlechte Idee. Ach so. Aber ich kann nicht rollen. Das ist ja schön. Kämpfen, Jungs. Gehen einen alleine ist immer einfach. So, so. Das Gesetz sagt, wenn jemand verletzt ist, hole einen Heilkundigen. Das Gesetz sagt aber nicht, wie schnell. Man kann ein Weilchen warten. Es stimmt, was man sagt. Schwert oder nicht. Ein Hexer weiß, wie man Knochen bricht. Ich bin nicht in der Stimmung für Bauernweisheiten. Wer zum Teufel bist du? Wenn alles gut geht, würde ich sagen, dein Partner. Ich brauche keinen Partner. Oh, da bin ich nicht so sicher. Alleine kriegst du Max Borso dies Haus. Niemals. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche und du meinst, du kannst mir helfen? Hm. Woher weißt du, dass ich nach dem Haus suche? Ich war bei der Auktion. Getarnt natürlich. Die Auseinandersetzung war nicht zu überhören. Komm zur Sache, wenn möglich. Um das Haus zu kriegen, musst du erst in die Schatzkammer gelangen. Und aus Freundlichkeit lässt Horst dich dann jemals rein. Ein Raub? Diese Idee gefällt mir nicht. Hast du eine andere? Geh zum Kräuterkundler bei Ochsenfurt und frag nach Scharfgabenextrakt. Er wird wissen, warum du gekommen bist. Wenn das eine Falle ist. Bis dann. Hoffentlich. Auf jeden Fall weiß Horst Bescheid. Und ich weiß. Dass ich andere Klamotten wieder anziehen will. So. Wo ist das scheiß Dings? Kräuterkundlerhaus? Ah, du, du. Aus der Amarsch der Welt ist das. Das ist ja schön. So, ich glaube, in die Richtung ist es einfacher, so einen Wegweiser zu finden. Und gegen so einen Korb zu laufen vielleicht auch. Habe ich jetzt eigentlich das Porträt und die Brille? Ich habe ein Porträt. Ach, in einer falschen Sprache. Was ist das Schema? Ja, Mann. Ja, Mann. Das sieht... So, ich schlag die beiden Typis aber erst beim nächsten Mal zusammen. Bis gleich.